Ich kenne auch niemanden, dem es schlecht geht nach einer Abtreibung. Es scheint ja alles ganz einfach zu gehen. Ich bin damals trotz Pille schwanger geworden. Das war eine Situation, die total überfordernd war. Man braucht ja gewisse Entscheidungskriterien, um so eine Entscheidung zu fällen. Um Gottes Willen, auf keinen Fall und das passt gerade überhaupt nicht. Und obwohl ich jetzt eigentlich etwas gemacht habe, von dem ich gedacht habe, ja, jetzt bin ich halt wieder unschwanger und es hat niemand etwas mitbekommen. So war doch nichts mehr, wie es vorher war. Ich bin schwanger, aber das Kind wird abgetrieben. Um die 300 Euro habe ich gezahlt, würde man es privat machen, wären das 700 Euro gewesen. Wenn sie zum Beispiel jung sind, oft gar nicht die Möglichkeit gehabt haben, für sich selber eine Entscheidung zu treffen. Und genauso ist es dann auch geschehen. Eine Abtreibung kommt nie in Frage. Ich will doch keinen Menschen töten. Das war nicht lebensfähig und das ist ein Zeltklumpen. Ich habe als Mann, als Vater eines werdenden Kindes, überhaupt keine Stimme. Weil es geht ja um die Frau. Es war nur derartig tabuisiert. Und je mehr darüber geredet wird, katholische Kabatschule, desto mehr kann man diesen Frauen helfen. Und das fehlt uns im Moment. Ist es der Weg, den ich gehen möchte? Ja oder nein? denn zum anderen Gründer